Musik Musik Matthias Böttcher Ich wohne hier im Prenzlauer Berg und lebe hier auch mit meiner Familie. Ich bin Chemiker und ich kandidiere wieder für die Bezirksverordnetenversammlung. Musik Ich bin schon jetzt in der BVV und würde gerne meine Arbeit fortsetzen. Insbesondere ist es mir wichtig, auch mit Kollegen aus anderen Fraktionen gute Lösungen zu finden und ich denke, das wird auch so klappen. Musik Ja, Themen gibt es viele, wenn man in der BVV ist. Drei sind mir besonders wichtig. Das ist einmal der Umweltbereich, dann die Kultur hier im Stadtbezirk und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich für die Älteren, die Senioren einsetzt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.